Hallo zu einer weiteren Episode von Raffini Kinder-Events zum Thema Hexen und Vampire. Halloween haben wir und wir haben uns gedacht, wir backen euch zusammen was Gruseliges. Natürlich, ihr seht, unsere Maskottchen dürfen nicht fehlen. Und was machen wir heute, Maja? Backen wir. Ja, und was backen wir? Wir backen Muffins. Spinnen-Muffins. Und dann müssen wir noch verkleiden, Hexen und alles. Ja, verkleiden, genau. Muss ich gerade überlegen. Also, was haben wir denn heute um euch die Muffins zu machen? Denn wir machen ja auch Schokoladen-Muffins. Wir haben einmal Mehl. Wir haben Zucker. Das sind 75 Gramm. Und das sind 200 Gramm. Wir haben zwei Eier. Vergessen. Dann nehmen wir Vanillezucker. Wir nehmen Backpulver. Für die Beine. Ja, aber wenn du dich kratzen, gerne schminken weg. Dann haben wir die Beine. Das sind so saure Zuckerschlangen. Kakao haben wir. Butter. Ich liebe so was. Du willst immer was sagen. Sehr gut. Wir haben einen Mixer. Und eine große Schüssel. Und eine große Schüssel. Was wir noch haben, ist zum Verzieren einmal schwarzes Icing. Für die Augen. Für die Augen. Für die Pupillen. Rote Augen kriegen unsere Spinnen. Und ja. Als allererstes, was hat eine Hexe? Außer einen Hut? Einen Ofen. Heute musst du den Ofen anmachen. So wie bei Hänsel und Gretel. Dann machen wir ihn mal an. Dass wir die Kamera jetzt nicht sehen. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann beginnen wir mal. Als erstes nehmen wir das Mehl. Bitte schüttet es mal in die große Schüssel rein. Ja, sehr gut. Mal draufklopfen. Dann nehmen wir den Zucker. Und rein damit. Wui. Okay. Dort habe ich eine gute Helferin. Eigentlich könntest du ja zaubern. Aber so hex-hex und alles ist fertig. Dann nehmen wir Vanillezucker. Was ist das? Das ist das Haar. Ja. Blätter hast du im Haar. Ja, halbe Herbst eben. Na, noch Haar. Ja, stimmt doch. Du bist sehr gut. Ja. Mama hat das gesagt. Mama hat das gesagt. Mama hat das gesagt. Die Mama Hexe. Dann machen wir den Back. Hier. Schütt mal alles rein. Pass auf. Alles in die Schüssel. Was ist das? Backpulver. Damit wird der Kuchen groß. Nicht drücken. Das ist ein Tipp von mir. Immer schön reiben, reiben, reiben. Und wir machen aber noch ein bisschen mehr rein. Das war ein Rester. Nicht machen? Nein, mein Schatz. Ich möchte messen. So. Was fehlt jetzt noch? Dann nehmen wir den Kakao. Schütten rein. Kakao sind in dem Fall zwei Esslöffel. Ich habe jetzt mal drei genommen. Einfach, dass er definitiv auf wirklich Schokolade schmeckt. Und auch dunkel wird. Dann haben wir Eier. Ja, das hast du schon mal gemacht. Nehmen wir es in die Hand. Hau es so auf die Kante. Und dann drückst du rein. Eins du, eins ich. Festern? Nee, festern. Zeig mal. Mit dem Daumen rein. Ja, und auseinanderziehen. Da kommen wir Daumen rein. Und auseinanderbrechen. Tja. Tja. Sehr gut. Ich verspreche den Leuten, die das essen. Es ist keine Schadetrimme. Ja, das passiert. Und das zweite mache ich. Ich hole gleich Tuch. Moment. Dann fällt noch die Butter. Mach es. Okay. Ja, super. Und jetzt verrühren wir alles. So meine liebe Hexenschülerin. In die Hand nehmen. Die Schüssel festhalten. Und soll ich mach dir wieder an? Hast du es in der Hand? und action! Ich hör mich mal. Ja bitte. Es ruft mir drauf. Ich rufe mir drauf. Ich rufe dir drauf. Ich rufe mir drauf. Jetzt haben wir das Ganze etwa drei Minuten mal mit dem Handrührgerät vermischt. Aber es kann doch nicht. So, wir haben hier unsere zwölf Muffins vorbereitet. Ganz klassisch für Halloween in orange, es gibt auch vielleicht in schwarz. Wenn was übrig bleibt, darf sie abdecken. Und jetzt müssen wir hier einmal aufpassen, dass mein tolles Cape hier nicht in die Schokolade reingeht. Und dann nehmen wir Esslöffel und es ist sehr flüssig. Und machen die zu drei Viertel voll. Dann übernehme ich jetzt mal wieder und mache das alles fertig. Jetzt haben Maja und ich in Teamwork zusammen diese Muffins vorbereitet. Maja erzählt uns mal vor, wie viele wir haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, neun. Ja? Was kommt da rein? Ja? Ja, Applaus! Die kommen jetzt in den Backofen bei 180 Grad und werden 15 bis 20 Minuten gebacken. Wichtig ist an der Stelle, sie sind dann im Grunde fertig, wenn der obere Bereich aufgebrochen ist. Das wäre dann ein eindeutiges Zeichen. Und dann machen wir es und wenn es fertig ist, abkühlen lassen und dann wird verziert. Wir haben die Muffins jetzt fertig. Es sind insgesamt 12 Stück geworden vom Teig her. Die werden auch jetzt verziert als Spinne. Ähm, lecker. Dazu haben wir, wie gesagt, die Beine. Da haben wir uns schon zurecht geschnitten. Haben wir für die Pupillen schwarzes Icing mit der passenden Tülle. Die Augen selber werden rot. Und jetzt ist es folgendermaßen, den Rumpf machen wir grün. Wir machen uns jetzt Icing, Royal Icing in der Farbe grün. Wir streichen im Grunde den Rücken der Spinne und werden dann sogar noch ein bisschen grünen Glitzerpulver drauf machen. Und das ist jetzt unsere Arbeit. Okay, jetzt folgendes, wir haben hier schon mal Butter drin, wie ihr sehen könnt. Und wir nehmen ganz ordinären Puderzucker, um somit unsere Masse zu bekommen. Dann machen wir hier mal rein. Eine Packung. Eine Packung entsprechen 250 Gramm. Oder, Maya? Ja, das kannst du auch umrühren. Die Maya rührt uns jetzt rum, hebt die Schüssel fest. Und schön. Ein bisschen anstrengend. Ja, sehr gut. Das ist eine Buttercreme. Und die machen wir jetzt grün. Habe ich extra gekauft. Dann nimmt man wirklich nur einen Zahnstoff, eine Spitze. Und jetzt gucken wir mal, ob es grün wird. Wird es grün, Maya? Probieren wir mal. Mh, das ist lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Hier schaut man, ein wunderschönes Grün haben wir, um den Rücken der Spinne zu formen. Und da stecken wir die Beine rein. Das ist einer der gleichen. Die ist auch das Lichtsaal. Also, jetzt nehmen wir den Muffin. Wir nehmen einen kleinen Spachtel. Nehmen die Masse. Und ziehen die hier drauf. Und gucken, dass wir das so gerade, wie es halt geht, drüber ziehen. Es muss auch nicht dick sein, weil es geht wirklich darum, um der Spinne einen Rumpf zu geben. Also einen Körper. Dass es ein bisschen ekliger ist. Äh, Spinnen. So. Und jetzt wird die Maya erst mal zwei Augen machen. Gelb oder Rot, das siehst du. Ähm, wie ist das denn? Ja. Vorne hin, zwei Augen. Ich sag hier. Das ist auch cool. Und was machst du bitte? Die Beine. Die Beine. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Ich hab kein Bein. Eins, ja. Dann noch eins. Das sind unsere Spinnen. Das eigentliche, was wir jetzt noch machen, beziehungsweise das übernehme ich. Wir nehmen jetzt das schwarze Icing. Und machen den Spinnen noch eine Pupille. Schauen wir mal. Das geht ganz leicht. Ja, hallo. Hier ist noch einmal Raffini Kinder Event. Was ich hier in der Hand halte. Jetzt nicht erschrecken bitte. Das ist keine echte Spinnen. Sondern die Maya und ich haben die gebacken. Nein, die Maya hat sie gezaubert. Hast du gezaubert? Also das ist ein Schokoladen-Muffin. Mit Smarty als Augen. Also ich muss euch sagen, ich nehme an sich regelmäßig Smarty als Augen. Weil das ist tip-top verschiedene Farben. Optimale Größe. Und die Beinchen. Ganz ehrlich, die sehen eigentlich aus wie Barthaare von einem Barsch. Da hätten wir Lakritze nehmen müssen. Einfach deswegen, weil es ein bisschen dicker ist. Es ist schwarz. Und die hängen dann halt nicht so müde runter. Das ist in Ordnung. Das ist the real life. Die Spinni kann halt nimmer. Der Vampir ist auch müde. Wir haben den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend gebacken. Haben wir viel gebacken, ja. Schön wie du kannst. Wolltest du mir das sagen? Ja, sag mal. Ähm, das. Aber ein bisschen. Die sind doch dran. Sag mal. Ja, die haben Schnupfen und Husten. Wir sagen Tschüss. Und noch eine schöne Zeit. Die nächsten Videos kommen. Und das Rezept werde ich euch posten. Und bitte gebt uns Feedback. Denn wir stehen immer noch am Anfang. Es macht viel Spaß. Aber es lässt sich bestimmt was optimieren. Ciao. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020